erst mal books kaufen dass man books kaufen wirst du wieder kaufen ich weiß nicht was ich kenne mal denke ich guck mal was bei mir mehr sinn macht frei oder linda oder peter und als schwierige entscheidung alles das sieht schon mal besser aus auch mit dreimal dreimal trotant wieso dank mir kann ich ja das muss ja auch mal gemacht so ohne geht schon los okay also flaschen und kanister 1000 und noch mal 100 gems grenze wer kennt die noch die games so was wir da oben damit 800 games gefahren und war dann jetzt mal eine box mit unseren 800 dann hat er gesagt wieso hast du jetzt die tausender nicht genommen doch nein da habe ich doch der habe ich abgeholt und so hat sich noch was so also sagt es heißt ja auch goal und nicht roll stimmt ja und ich denke ja ja aber das heißt und get und nicht jet ja das heißt aber es heißt james und james freundlich hört sich das an hallo ich habe 800 games hört sich das an ich habe 800 das böse g leute warum sage ich das gerade weil er gleichs namen mit einem wie anfängt so was haben wir jetzt hier noch golden turd 1400 ja natürlich und ist da finden akademie sogar schon mal die erste menschen da aus der belohnung es heißt doch ja da ist das wort da das aber das gehe in der mitte von dem wort das ist das gehe am anfang vom wort deswegen bin ich davon ausgegangen dass das weiß ich nicht nein was wollen dass so wenige jetzt war jetzt natürlich jetzt muss wieder gucken wo du anfangen musst ich nehme mir viel mhm ja ok ja so da kommt wieder wie sie was zusammen gelb also in paar minuten sind wir da fertig mit der belohnung im opening anfangen so belohnen nur noch juhu mhm stell ich mir vor ja gleich müsste so bei jedem so 20 mal drauf drücken wahrscheinlich ja mit der maus geht das sogar weil klicken kann ich ja so alles so mal gucken ob wir genau so viel dreck wie er gleich raus bekommt ich glaube nicht eine lila wer freut sich heute über eine lila die nicht knuffig ist einmal ringen oh mein gott da gleich ich war nie wieder mit jacke kobe nicht haha golfing lois oh mein gott ich kann das noch nie gesehen roller da er greift sich schon an den kopf ja ich glaube nicht dass du eine scheiße ziehst haha ja sorry äh ja ein rollschub ähm rollschub ja ist doch und ein victory dance habe ich auch noch nie gesehen ist eine ganz tolle karte 6 und 8 2 mit der brick combo ist schon toll ne so also weil meine gleich ich denke ach der support kann direkt drauf guck mal immerhin phänomenaler splitter ist das nicht toll ja das ist doch super oder nicht nein da roller derby noch mal 25 wie bucks jetzt ist er ist total im ford night fieber noch mal 25 fisch ferrone oh mein gott äh noch mal 25 strahlen carona pfff noch mal alter vater hey das ist das ist echt nicht normal ne haben die irgendwie jetzt den hut herabgesetzt oder was 25 gigawatts was ist denn da los ey so schlecht ja das ist ja kein thema ich mach das hier ding das da noch fertig ich mach das hier ding ist so oh ich hab ein leger bekommen übrigens steiner davon haben wir nur noch ein dr k das waren zehn stück glaube ich ne so und jetzt kannst du da auch nochmal reingucken da müsstest du noch irgendwas haben drei stück wenigstens ne also so wenigstens vier wedges vending school davon sind drei ufe zeit tja ne tina tina ist gut aber wenn es nicht so 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 also ich guck mal wenigstens ganz kurz da rein was was da sagen wir denn da hat sich das wenigstens gelohnt so wir filtern filter den branding school lohnt sich das in irgendeiner form ja 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 das ist im fixen glaube ich krass äh da hinten ist da finken academy ah wie in der tina kann man noch mal gucken ob sich das in irgendeiner form lohnt nein hat sich auch nicht gelohnt wenn ich mich selber liken abo und kommentar freuen bis dahin haupte die welkommoritos sieg dir haben wir kommen haben wir genug dafür warte mal her natürlich na klar welkommoritos quadfusen so geil alles klar ja wenn es euch gefallen hat dann lasst mal ein like da schreibt was in die kommentare abonniert den kanal und schaltet es nächstes mal wieder ein wenn es wieder heißt animation throwdown mit mir den mann gleich macht's gut bis dann und tschüss 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 tschüss